Hallo und herzlich willkommen hier im Headquarter von ROAR. Wie bereits angekündigt, halte ich euch auf dem Laufenden, was neue Produkte zum Beispiel angeht. Da hat sich ROAR etwas ganz Tolles einfallen lassen, nämlich es gibt jetzt insgesamt acht verschiedene neue ROAR-Logo-Designs, die ihr individuell für euer Gerät auswählen könnt. Und um euch da jetzt einfach mal einen kurzen Überblick zu verschaffen, habe ich jetzt einfach aus den acht Designs drei Stück rausgesucht und die zeige ich euch jetzt mal. Zunächst haben wir hier eben das Tie-Dye-Design, fällt auch durch das richtig schöne bunte Design auf dem etwas doch klassischen Gerät. Wer es dann ein bisschen ausgefallener mag, für den ist dann das Camouflage-Design ganz toll. Wie ihr seht, findet sich hier die Farbe auch ganz schön in den Glaspunkten wieder, genauso wie hier oben dann in der Krone oder auch hier in der Krone. Dann kommt jetzt mein persönlicher Favorite, klassisch für die Mädels, eben in pink, rosa, das Leo-Design. Und was ich ganz toll finde, ist eben auch, ihr findet hier das Besondere in der Krone wieder und auch am Köpfchen. Somit kann jeder von euch sich sein Gerät individuell nach seiner Lieblingsfarbe designen. Und ich lade euch ein, schaut einfach mal im Shop vorbei, sucht euch euer Design für euer Gerät raus. Und ich denke, es ist auf jeden Fall für jeden Geschmack etwas dabei.